Dieses Land dringend Veränderungen braucht und ich dabei helfen kann, diese Veränderung mitzugestalten. Genau wie für das gesamte Ruhrgebiet eine erfolgreiche Zukunft. Dafür braucht es in allererster Linie eine Lösung der Altschuldenproblematik für Investitionen in Infrastruktur und gute Daseinsvorsorge. Investitionen sind der Schlüssel für eine sozial-ökologische Wende dieser Gesellschaft. Wir müssen dieselben Ziele verfolgen. Das Handwerk, ganz egal ob im Dienstleistungssektor oder produzierende Gewerke, stärkt die Wirtschaft vor Ort, ganz ohne lange Lieferketten und ist darauf ausgelegt, langlebige Dinge herzustellen oder eben zu reparieren. Deshalb wollen wir Grüne die berufliche Ausbildung im Vergleich zum Studium stärken und beispielsweise Bürokratie abbauen in Bezug auf Vorhaben der energetischen Sanierung oder ähnlichen Projekten, damit wir Seite an Seite mit dem Handwerk die Herausforderungen der Zukunft angehen können. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017